Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein Video vom Sprint-Töffchen. Endlich die Prüfstange. Wir gehen jetzt auf den Prüfstange und wir sind schon hier. Wir werden ein paar Läufe machen. Vielleicht ein wenig Gewicht ausprobieren. Ich habe zwei Auspuffe mitgenommen. Vielleicht machen wir noch Vergaser-Abstriemung, wenn es nicht passen soll. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Der Sprinter ist schon drin. Den haben wir schon auf den Bock aufgeschnallt. Und ja, das Beste kommen wir gleich mit rein. Und dann lassen wir los. Wir werden noch zuerst ein bisschen angelaufen. Ja, jetzt kannst du zwei Mal beschleunigen. Es gibt dann ein Stückchen bis zu. Ja. Ich spüle dir jetzt schon. Was will der noch mehr frisieren? Das ist eigentlich so, ja. Wenn du startest mit dem Gas, dann spüle ich es noch mal. Aber jetzt habe ich gedacht, wie ich starte. Ich muss jetzt noch ein bisschen starten. Du hast die Variablocken gewechselt, von der Malasse aufgebotet. Das hat auch einen Einhängigmoment. Das ist ein schöneres. Das Dreieck wird zwar gleich hoch schleifen. Aber der Moment, wenn das Einhängig ist, ist viel angenehm. Das ist ein schöneres. Ich mache das nicht so, ne? Ich mache das nur noch motor, und das ist ein schöneres. Ich mache das nur noch motor, und das ist ein schöneres. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nicht ganz so geklappt, hat es eigentlich ein wenig gespult. Jetzt mussten wir noch nicht mehr runter bingen und werden jetzt den Rest richtig laufen machen. Und ja, schauen wir mal was rauskommt dabei. Schauen wir los. Schauen wir los. Dann hier zu Hause, das stiebt der Weg. Der würde ich ohne fahren. Ja, dann tun wir es vielleicht auch nicht. Da kannst du jetzt abstimmen ohne. Und wenn du etwas rumspielst, bist du etwas zu fett rum. Und wenn es um die Tosch gut stimmt. Ein Fazit von der ersten 2.0 abdrücken. Eigentlich geil. Einmal ein bisschen stund. Noch ein bisschen tief mit der Abgas-Temperatur. Nehmen wir morgen noch die Filter weg, damit es vielleicht auch ein bisschen mehr ist. Ja, eben. Jetzt haben wir den Filter ab. Mal schauen, ob noch mehr kommt. Einmal ein bisschen fett ist her. Dann testen wir das noch archämisch. Aber sonst bin ich schon brutal zufrieden mit der Leistung. Sie sind jetzt 18 PS. Das finde ich brutal. Ich habe eigentlich nicht ganz damit gerechnet. Ich wäre schon mit 16 zufrieden gewesen. Und das ist eigentlich richtig grob. Und ja, ich habe eine Freude. Jetzt probieren wir das noch. Ich weiss gar nicht, was wir nachher noch gross mehr abstimmen wollen. Das Ding ist auch schön. Mario funktioniert sicher gut. Ja, also... Silvio ist schon noch ein paar Auspüfte. Ja, da geben wir auch schon noch. Da haben wir auch noch ein paar Auspüfte. Aber das ist eigentlich schon gross. Gut, also. Das haben wir abgenommen. ... ... ... ... ... ... Was ist denn jetzt raus? Du bist mit der Abbasstemperatur? Jetzt raus aus dem Getriebe raus. Das ist ja die Bremse. Ich habe gerade ein bisschen zerbohrlich. Das ist nicht schlecht. Ja. Sag ich mal. Jetzt ist... Ja, die Abbasstemperatur hat jetzt mehr als nicht schlecht funktioniert. Der funktioniert sehr gut. Ich habe nie etwas gemerkt, dass es nie anders wäre. Habe ich jetzt gerade die Bremse verbrannt, Dino? Nein. Das ist nicht zu schnell. Das tut schon recht. Gut, ich muss ja auch wieder die Bremse auszulegen. Dann muss ich etwas schreifen. Und manche andere auch. Funktioniert der wirklich nicht so schlecht? Ja, du kannst das Filter wieder montieren. Gut. Hast du jetzt mehr Leistung? Nein. Wenige? Ja. Das Filter funktioniert eigentlich sehr gut. Und ja. Die Leistung ist nicht mehr geworden. Ziemlich gleich geblieben. Und ja. Montieren wir ihn wieder. Ich denke, das ist vom Mario-Verschalter. Gerade unten dort ist heute ein bisschen ein Ding. Aber das merkst du auf dem Dingbem. Und darauf an, stark auf die Einstiegsgeschwindigkeiten. Ja. Der Unterteil, oder? Je nachdem, wo du startest. Wenn ich höher wäre, wäre es so. Ja. Aber du hast natürlich schon den Sitz am Stand aus. Aber da würde ich sagen, du hast eher etwas mit härteren Kupplungsfeder machen. Ja. Also, nein. Das Papper geht gar nicht mehr. Weil wenn ich das habe beim Starten, dann schleift er immer nur über. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass er einen kleinen Moment zurücknimmt. Dass er überhaupt fahrbar ist. Ja. Aber wenn die Leistung gerade voll und brutt einsetzt. Zum Beispiel mit der Masse-Kupplung, die es so wie eine Schnalle geben würde. Dann hat er nur noch zittert. Nein. Wenn du gut vorkommst, dann lässt du etwas rein. Das ist gar nicht schlecht. Ich hoffe, du hast gerade den Schlotter reinkommen. Ja. 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 Jetzt hat er schon in den Auspuff gewechselt. Die Hammer haben wir ihn drauf gesteckt. Natürlich nicht, weil wir keine Halterung für den. Und wir testen jetzt auch mal. Und ja. Das Beste lassen wir gerade los. Kannst du den vielleicht ein bisschen halten oder machen wir das? Ja. Ja, gut. Gut. Räume, Räume, Räume. Räume, 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 Räume. Ein Pilbrochterauspuff. Die Furze ist genau gleich. Die gleiche Leistung. Ich denke aber, ich bin sehr zufrieden mit dieser Leistung. Ich glaube, von mir ist es gleich, dass ich mit dem schon bald gelungen bin. Mehr Leistung möchte ich gar nicht, es ist schon fast nicht fahrbar. Ja, ich habe Angst, ich habe wirklich Angst. Jedes Mal, wenn ich drauf sitze und das erste Mal richtig abdrücke, scheisse ich fast in die Hose. Und dann nach dem zweiten, dritten Mal geht es halt. Dann habe ich das Nerven wirklich ein bisschen im Gefühl. Aber es ist wirklich völlig doof, eigentlich. Also auch noch ein 7er Schlotter, man soll es auf 10 Mal schauen. Genau, genau so ist es. Und cool, tiptop, ich bin zufrieden wie morgen. Ja, jetzt lassen wir den Ausbau einfach noch aus Titanen bauen, das ist ja ganz klar. Und das gehen wir dann auch filmen. Und zwar gehen wir auf Thun, um das gleich zu filmen. Und ja, bis zum nächsten Mal.